Ist Frauen verprügeln jetzt eine neue olympische Disziplin? Wir lesen sehr viel Kritik über den letzten Kampf, über den Boxkampf bei Olympia von Imane Kelif gegen Angela Carini. Angela Carini aus Italien hat im Kampf gegen Imane Kelif aus Algerien nach nur 46 Sekunden den Kampf abgebrochen. Nach mehreren harten Schlägen, zuletzt einem harten Schlag auf die Nase, hat sie dem Trainer mitgeteilt, dass sie den Kampf nicht fortsetzen möchte. Dadurch hat Imane Kelif diesen Kampf ebenfalls bei Olympia gewonnen. Was ist jetzt die ganze Kontroverse, die Debatte rund um diesen Boxkampf? Viele prominente Stellen, eigentlich so ziemlich jeder, der irgendwie in der Öffentlichkeit etwas zu sagen hat, hat sich mittlerweile dazu geäußert über die italienische Ministerpräsidentin Alice Schwarzer, Jake Paul aus den USA, diverse andere Frauenrechtsorganisationen und andere Boxlegenden, ehemalige Boxer, auch Regina Halmich hat sich dazu geäußert. Alle kritisieren diesen Kampf, kritisieren, dass hier augenscheinlich ein Mann, ein Transgender, ein Transgendermann, nämlich Imane Kelif hier bei Olympia gegen Frauen antreten darf. Das internationale Olympische Komitee dementiert diese Vorwürfe, genauso wie ein Faktencheck des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Dort stellt man in dem Artikel die Behauptung auf, dass es überhaupt kein Transgenderfall sei. Was es tatsächlich ist, das wissen wir im Prinzip noch gar nicht. Es gibt unterschiedliche widersprüchliche Aussagen. Derzeit gibt es zwei Boxer, Lin Yu Ting und eben Imane Kelif. Beide wurden noch vor einem Jahr wegen umstrittener Geschlechtstests, DNA-Tests, was auch immer genau da gelaufen sein soll, bei der Box-WM ausgeschlossen, bei der Box-WM der Frauen. Bei den Olympischen Spielen Paris wiederum durften sie jetzt antreten. Was genau ist dran an den Vorwürfen? Wir liefern ihnen die Fakten, schreibt dazu das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Kelif und Lin wurden 2023 von der Box-Weltmeisterschaft disqualifiziert. Ob zu viele männliche Hormone oder der Nachweis von männlichen XY-Chromosomen dafür der Grund waren, kann wegen unterschiedlicher Aussagen nicht eindeutig verifiziert werden. Im Fall von Kelif heißt es aber, dass die 25-jährige Kelif wegen erhöhter Werte des männlichen Sexualhormons Testosteron nicht antreten durfte. Lin hingegen wurde nach dem Gewinn der Bronzemedaille nachträglich disqualifiziert. Weiter unten heißt es im Faktencheck, das ist eine Entscheidung des IOC, also des Internationalen Olympischen Komitees. Es gilt nur der Reisepass. Wenn da weiblich steht, gilt die Person auch als weiblich und darf an Frauenwettbewerben teilnehmen. Den sogenannten Sextest gibt es bei Olympia nicht, sagt Michael Müller, Sportdirektor des Deutschen Boxsportverbandes DBV, im RND-Gespräch. Aber wie kam es dann zu dem Ergebnis des Geschlechtstests bei der WM 2023? Dazu muss man als Hintergrund wissen, dass diese Titelkämpfe noch vom Box-Weltverband IBA mit seinem russischen Präsidenten Umar Krimlev organisiert wurden. Der enge Vertraute von Russlands Präsident Wladimir Putin ließ bei der WM im Gegensatz zu fast allen anderen Sportverbänden trotz des Angriffskriegs in der Ukraine russische Sportler zu. Oh nein, man hat russische Sportler bei der WM zugelassen? Das ist ja unglaublich. Hat er etwa so getan, als ob die Leistungssportler in Russland nichts für die Entscheidung des russischen Präsidenten können, dass sie einfach nur für ihre sportliche Leistung ebenfalls gewürdigt werden sollen? Wie kann er nur? Das ist ja unfassbar. Wie wir doch wissen, trägt jeder Russe auf der ganzen Welt, jeder Russlanddeutsche, auch hier im Lande, trägt die Verantwortung für diesen Krieg. So übrigens die Ungeimpften auch die Schuld an der Pandemie trugen. Ach nee, da war ja was. Das hat sich im Nachhinein als Quatsch rausgestellt. Aber bei den Russen können wir uns sicher sein. Die tragen alle die Verantwortung. Deswegen müssen sie von sämtlichen sportlichen Wettkämpfen auf der ganzen Welt ausgeschlossen werden. Und er führte die DNA-Tests wieder ein. Wie Russlands Politik Transgender bewertet, ist spätestens nach einem neuen Gesetz bekannt, das Geschlechtsangleichungen und Homo-Ehen verbietet. Ja, jetzt tut man so, als gäbe es einen kausalen Zusammenhang zwischen der russischen Transgender-Politik und der Einführung dieser sogenannten DNA-Tests. Wenn in meinem Ausweis jetzt weiblich drinsteht und ich kann dann an allen Wettkämpfen bei Olympia einfach teilnehmen, eben weil es so in meinem Pass drinsteht, dann habe ich einen massiven, unfairen Vorteil. Das hat jetzt nicht mal speziell etwas mit dem Fall der beiden Boxer hier zu tun, sondern das ist eine ganz allgemeine Geschichte. Was sie ja hier im Prinzip damit sagen ist, dass alle Transgender im Prinzip bei Olympia teilnehmen können, wenn wir nach diesen Vorgaben gehen. Lea Thomas, geboren als William Thomas, hat seine Transition von männlich zu weiblich im Jahr 2019 vollzogen. Nur drei Jahre später trat er dann bei den Frauenwettkämpfen an und holte dort so ziemlich alle Siege, die man nur irgendwie einfahren kann. Übrigens hat er schon im Jahr 2019 diverse Wettkämpfe gewonnen und ist auch bei den Männern über die Distanzen im Freistil von 500.000 und 1.650 Jahren jeweils auf dem zweiten Platz gelandet. Was bedeutet, dass er jetzt bei den Frauen, als Lea Thomas dann angetreten, natürlich alle Wettkämpfe gewinnt. 2022 hat dann der Weltschwimmverband beschlossen, ihn auszuschließen, dass Lea Thomas eben nicht mehr an den Wettkämpfen teilnehmen darf. Wo wir gerade beim Weltschwimmverband sind, in der Vergangenheit gab es hier Versuche, eine eigene Kategorie, eine eigene Liga für Transpersonen, eine sogenannte offene Kategorie einzuführen. Die Sportschau schrieb im August 2023 darüber, der Schwimm-Weltverband führt als erster großer Sportverband der Welt beim im Oktober in Berlin stattfindenden Weltcup-Wettbewerb in der offenen Kategorien ein. Der Lesben- und Schwulenverband, LSVD, übt daran Kritik. In der offenen Kategorie können auch Transgender-Athletinnen und Athleten teilnehmen. Dieses bahnbrechende Pilotprojekt unterstreicht das unerschütterliche Engagement der Organisation für Inklusion, die Schwimmer aller Geschlechter und Geschlechtsidentitäten willkommen heißt, teilt World Aquatics mit. Der Dachverband hatte noch im vergangenen Jahr Transgender-Schwimmerinnen von den Frauenrennen bei Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften ausgeschlossen. Ausnahmen sind nur noch gestattet, wenn die Geschlechtsanpassung bereits vor dem 12. Lebensjahr vollzogen wurde. Bedeutet, die einzelnen Dachverbände der verschiedenen Sportarten entscheiden eben selbst, wer unter welchen Umständen Olympia zugelassen wird und daran teilnehmen darf. Das Internationale Olympische Komitee wiederum hat die eine Regelung im Pass muss stehen, weiblich. Weiter geht es dann am 3. Oktober, also erste Meldung von August 23, jetzt haben wir Oktober. Kein Interesse an Transgender-Wettbewerben. Die Premiere einer als Revolution gefeierten Idee fällt ins Wasser. Beim Schwimm-Weltcup in Berlin an diesem Wochenende wird es keine offene Kategorie geben, in der Transfrauen und Männer hätten starten dürfen. Am Dienstag zog der Weltverband World Aquatics diese Kategorie aus dem Programm für Berlin zurück, weil es bis zum Meldeschluss am 30. September keine Anmeldungen gegeben hatte. Dies ist ein sichtbares Zeichen dafür, in welchem Dilemma nationale und internationale Verbände stecken. Leistungssport und Inklusion schließen sich aus, sagt Conny Hendrik Schädicke von der Arbeitsgruppe Sport im Bundesverband Trans. Was genau ist jetzt aber das Brisante an dem Fall mit Imane Calif und Lin Yu Ting? Am wahrscheinlichsten ist es, dass sich bei beiden Personen während der Schwangerschaft, während der Entwicklung, Merkmale beider Geschlechter entwickelt haben. Am ehesten wäre das dann vergleichbar mit der Läuferin Casta Semenya. Sie ist eine intergeschlechtliche Sprinterin mit XY-Chromosomensatz, ohne Eierstöcke und Gebärmutter, jedoch mit innenliegenden, Testosteron-produzierenden Hoden dabei. Besonders interessant, als Casta Semenya dann dazu verpflichtet wurde, sich einer androgensenkenden, also vereinfacht ausgedrückt einer Testosteron-senkenden Behandlung zu unterziehen, ihre Leistungen rapide abnehmen. Das bedeutet, einfach ausgedrückt, eine Person, die eben diese Merkmale hat. Beispiel inwiegende, Testosteron-produzierende Hoden. Und so jemand durchläuft die Pubertät. In größten Teilen also eine männliche Pubertät. Das bedeutet, wir haben einen stärkeren Knochenbaum. Wir haben rein biologisch gesehen mehr Muskelmasse, ohne jetzt Sport treiben zu müssen. Wir haben ein größeres Herz-Zeit-Volumen. Wir haben ein größeres Lungen-Volumen. Wir haben unendlich viele Vorteile, ohne auch nur einen einzigen Tag irgendetwas trainiert zu haben. Wenn jetzt eben der Sport und das Training, der Leistungssport dazu kommt, ist das natürlich ein Vorteil, den man den biologischen Frauen gegenüber hat, die diese Merkmale eben nicht vorweisen. Der Volksverfetzer möchte uns jetzt übrigens plötzlich wissen lassen, dass es sich bei Imane Khalif um eine sogenannte Cis-Frau handelt, also eine Frau, die sich seit Geburt an mit dem ihr zugewiesenen Geschlecht, ich muss immer wieder grinsen, lachen darüber, wenn ich diesen Schwachsinn ausspreche, jemand, der sich mit dem ihm bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifiziert. Das kann auch gut sein, dass Imane Khalif ihr Leben lang, ebenso wie Casta Semenya, als Frau gelebt hat, sich als Frau fühlt, als Frau identifiziert, wie auch immer, und eben zu diesem Promilleanteil gehört in der menschlichen Bevölkerung, in der Weltbevölkerung, die eben aufgrund einer Fehlentwicklung, aufgrund einer Anomalie, während der Schwangerschaft eben, Geschlechtsmerkmale von eben beiden Geschlechtern mitbekommen haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Es gibt die Regelung, dass Transpersonen nur an diesen Wettkämpfen teilnehmen dürfen, bei den Männern dann beispielsweise, Männer bei den Frauen, wenn sie die männliche Pubertät nicht durchlaufen haben. Das heißt, wenn sie bereits vor dem zwölften Lebensjahr anfangen, eine hormonangleichende Therapie, eine Therapie mit den sogenannten Pubertätsblockern durchlaufen haben, über das Thema mit den Pubertätsblockern habe ich ein eigenes, sehr ausführliches Video gemacht, unglaublich gefährlich, unglaublich leichtsinnig und ziemlich sicher mit langfristigen Schäden und Folgen. Dazu gibt es bisher keine Langzeitstudien. Die medizinischen Folgen, die Auswirkungen sind verheerend, aber wie gesagt, dazu habe ich schon einen ausführlichen Beitrag gemacht. Was diese Regelung übrigens auch wiederum gleichzeitig bedeutet, wenn wir Kindern und bei dem Fall von William Lea Thomas ist es so, dass er ab dem fünften oder sechsten Lebensjahr angefangen hat zu schwimmen und Kinder auch schon relativ früh mit Leistungssport anfangen, wenn sich dann eben herauskristallisiert, dass irgendeine Form der Identitätsstörung vorliegt, dass dann möglicherweise leichtsinniger oder noch leichtsinniger aufgrund dieser Regularien eben dazu gegriffen wird, vor dem zwölften Lebensjahr so eine Hormonbehandlung zu durchlaufen. Zum Schutz aller und eben für eine Chancengleichheit und Gerechtigkeit bin ich der Überzeugung, dass Trans-Personen grundsätzlich an diesen Wettkämpfen nicht teilnehmen dürfen oder sollten. Dasselbe gilt auch, meiner bescheidenen Meinung nach, für Imane Kelif oder eben auch für Kester Semenya. Auch sie bringen einen enormen biologischen Vorteil mit sich und gerade wenn wir vom Kampfsport, vom Boxen reden, dann besteht auch hier eben die Gefahr, dass einfach aufgrund der körperlichen Überlegenheit hier in dem Fall wie bei Angela Carini dann schwere körperliche Folgen eintreten können. Warum sie jetzt genau den Kampf abgebrochen hat, das ist vielleicht sogar nochmal eine ganz andere Debatte, ob sie vielleicht auch ein Zeichen setzen wollte hier. Wenn übrigens alle Sportlerinnen an einem Strang ziehen würden und sich einfach weigern würden anzutreten in diesem Fall und zu sagen, nein, wir nehmen an so einem Wettkampf mit fragwürdig intergeschlechtlichen, intersexuellen Personen nicht teil, dann wäre das internationale Olympische Komitee gezwungen, daraus Schlüsse zu ziehen und eben zu handeln und am ehesten im Sinne der weiblichen Athleten zu handeln. Um das Ganze wirklich zuverlässig und sauber auch in der Zukunft feststellen zu können, muss da irgendeine Form von DNA-Test, von Doping-Test eben in diesem Zusammenhang stattfinden. Anders lässt es sich nicht feststellen. Ansonsten bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir in Zukunft noch häufiger diese Debatten führen werden. Es ist natürlich nicht das erste Mal gewesen, dass irgendwo Transgender, also Männer im Frauensport teilgenommen haben und das zu einer Menge Aufruhr oder für Aufruhr gesorgt hat. Da gab es die UFC-Kämpferin Fallon Fox, ich weiß gerade gar nicht, was sein richtiger Name war. Auch er hat diverse Frauen verdroschen, vermöbelt, bis er letztendlich übrigens von einer biologischen Frau im Kampf fair besiegt worden ist. Aber eben die Gefahren und vor allem die Ungleichheit, die dadurch geschaffen wird, rechtfertigt ist. Meiner Meinung nach, dass darüber diskutiert werden muss, wie man auch eben mit intergestechtlichen Personen in Zukunft umgeht. So einfach, wie es in vielen Medien dann dargestellt wird, dass hier Männer Frauen verprügeln, dass das eine neue olympische Disziplin sei. Auch wenn ich über diesen Artikel vom Bienenkurier herzlich lachen konnte, ist das natürlich hier Satire. Allerdings, bestimmte Medien meinen das Ganze dann doch tatsächlich ernst. Und auch all diejenigen, die jetzt mit auf den Zug aufspringen, die Debatte grundsätzlich, um das Thema Trans- und Männer im Frauensport anzuregen, dafür ist es gut. Für die explizite Debatte hier jetzt bei Olympia weiß ich nicht unbedingt, wie zielführend das da ist. Weder scheint es eindeutig so zu sein, dass es sich hier bei den beiden Athleten, bei den beiden Boxern um Männer handelt, noch sind es biologisch gesehen geborene Frauen, so wie es der Volksverpetzer versucht, uns zu verkaufen. Wobei ihr euch, eine Sache könnt ihr euch in Zukunft wirklich sicher sein, wenn der Volksverpetzer etwas behauptet, vehement behauptet, dann ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Gegenteil der Fall. Ich bin wirklich, wirklich gespannt auf eure Meinung zu diesem Thema unten in den Kommentaren. Das war meine kleine bescheidene Einordnung zu diesem, ich nenne es mal vorsichtig, Olympia-Debakel derzeit. Ich werde das Ganze sehr aufmerksam weiterverfolgen und bin auch gespannt, welche Entscheidung das Komitee für zukünftige Fälle treffen wird. Wenn ihr hier in Zukunft nichts verpassen wollt und natürlich auch diesen Fallen weiter hier verfolgen wollt, dann solltet ihr den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.